Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu Dead Nerds Talking, der Walking Dead Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Alle 14 Tage und heute für eine ganze Weile zum letzten Mal besprechen wir zwei Folgen The Walking Dead der neunten Staffel. Ja, und selten haben wir uns so auf die zehnte gefreut, beziehungsweise auf die nächste gefreut. Ja, das ist unglaublich, wie sich diese Staffel wieder erholt hat und wie, was daraus jetzt geworden ist. Bevor wir aber einsteigen in die Besprechung der Folgen. Michael, jetzt, wenn wir schon ein bisschen geübt haben für den Winter und der Winter doch bald kommt und jetzt hier Dead Nerds Talking erst mal vorbei ist, wo können denn geneigte Hörer erst mal hinwechseln, um die Zeit zu überbrücken, bis sie unsere schönen Stimmchen wieder für Beißer-Content hören können? Wer uns noch hören will, natürlich die nächsten Wochen immer noch bei den Track-Nerds, aber Name of the Game wird ab in den nächsten zwei Wochen die Game of Nerds sein, wenn die neue Game of Thrones Staffel startet. Und wer uns da hören will, geht einfach auf nerdizismus.de, klickt auf den Abonnieren-Button und freut sich auf den Feed-Reader, in den dann alles reingeladen wird. Oder wie immer unter Spotify, iTunes nach Nerdizismus suchen und ihr findet uns. Wer uns dann noch Feedback geben will, geht auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube oder schreibt uns einfach an info-at-nerdizismus.de und sagt, ob ihr gut findet, was wir alles hier verquatschen oder ob ihr überhaupt nicht unserer Meinung seid. Das waren gerade mal 30 Sekunden, das kann nicht zu lang sein. Es kann einfach nicht zu lang sein. Ich kann es noch mehr kürzen. Nebennicht sagen wir nur nerdizismus.de, abonnieren, Spotify, iTunes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, info-at-nerdizismus.de, den Rest kennt ihr. Ja, jetzt hast du es wieder künstlich in die Länge gezogen, aber ich mache ja jetzt Sprungmarken. Wir haben ja uns darauf verständigt. Ich kann auch noch mal ausholen und dann wirklich die zwei Minuten nachholen, wo sich die Hörer ja immer so drüber gefreut haben. Wir machen das jetzt in Zukunft mit Sprungmarken und dann ist alles gut. Haben wir ja im letzten Cast auch schon gemacht. Ja, bevor wir in die Folgen einsteigen, diesmal habe ich wieder eine Zusammenfassung vorbereitet. Im letzten Mal bin ich ja leider nicht dazu gekommen, weil es auch dann vier Folgen waren. Und ab und zu habe ich ja dann doch noch mal was zu arbeiten. Klingt komisch, ist aber so. Und ich muss ja bei den Folgentiteln jetzt mal sagen, die haben uns ja ganz schön veräppelt, was die Folgentitel angeht. Folge 15, die Ruhe davor. Und Folge 16, der Sturm. Da hatte man ja jetzt nicht unbedingt mit dem Blizzard-Sturm im wortwörtlichen Sinne gerechnet, sondern ja eher so mit was Metaphysischem. Aber da werden wir gleich drauf eingehen. Also Folge 15, die Ruhe davor. Wir sehen zwei No-Name aus Alexandria fröhlich auf dem Weg ins Kingdom zum Jahrmarkt. Wir sehen zwei tote No-Names nicht mehr auf dem Weg zum Jahrmarkt und eine Hand, welche die eine blonde Tote skalpiert. Intro. Ezekiel öffnet den Jahrmarkt und erinnert etwas noch sehr pathetisch an Rick, Carl und den guten Jesus. Der Jahrmarkt ist ein voller Erfolg und abends gibt's Popcorn und Kino für alle. In diesem Kino sehen sich die Häuptlinge aller Stämme aber vorher nochmal und sie unterzeichnen endlich die von Michonne aufgesetzte Karta. Eine Art Nato aus Oceanside. Willkommen zurück an dieser Stelle. Hilltop Alexandria Kingdom und sogar für die Saviors wäre Platz gewesen, aber die hat die Carol ja gegrillt. Hat alles in allem gerade mal sechs Jahre gedauert, sowas auf die Beine zu stellen, aber besser spät als nie. Und wenn man gleich dabei ist, Entscheidungen zu treffen, kann man auch gleich der guten Lydia Asyl gewähren. Es liegt Liebe in der Luft, aber Gott sei Dank spielt The Walking Dead hier an dieser Stelle nicht die Soap Story, um den vermeintlich fremdgehenden Stupid Henry zu Ende, sondern lässt das Ganze irgendwie nach einer Minute schon wieder in Wohlgefallen auflösen. Es liegt aber auch Gefahr in der Luft, denn Alpha hat sich als Deborah, eine der No-Names vom Intro, auf dem Fest eingeschlichen, mit einem Skalb auf dem Kopf. Sie schaut sich um und unterhält sich sogar mit Ezekiel, eine Begegnung, die im Comic allerdings einen recht anderen Ausgang hatte. Weiterhin getarnt kommt es zur finalen Konfrontation zwischen Lydia und Alpha, also ihrer Mutter, in welcher sich die Lydia endgültig von ihrer Mutter lossagt und sie daraufhin auch von ihr verstoßen wird. Auf einer Patrouille im Wald werden dabei Carol, Daryl, Michonne und Yumiko von den Whisperern in eine ziemlich fiese Falle gelockt und gefangen genommen. Die gute, naja, eigentlich die nicht gute Alpha schnappt sich den Daryl und zeigt ihm mal, worauf ihre Macht beruht. Als Demonstration derselbigen zeigt sie nämlich Daryl ihre ganz persönliche Beißerherde und die ist ziemlich, ziemlich groß. So groß, dass man davon ausgehen muss, dass wenn sie diese Beißerherde auf eine Gemeinde hetzt, die einfach gnadenlos überrannt wird. Alpha sagt Daryl, dass es auch ab sofort ein Whisperergebiet gibt und eine Grenze und wo dieses Gebiet anfängt, das wird er dann schon sehen. Und jetzt ist es endlich soweit. The moment we've all been waiting for, ladies and gentlemen, we announced it several times, the red wedding of the walking dead ist dann endlich hier. Nicht ganz so drastisch wie in den Comics, aber nicht dünner Schmer wiegend sowohl für die Gruppe als auch für den Zuschauer und die Serie. Die Grenze ist nämlich vom gleichen Landschaftsbauer gestaltet, welcher auch schon in King's Landing für die Verschönerung des Palastes sorgt. Auch hier zieren jede Menge abgetrennte Köpfe die Grenzfehle. Statt Ned Stark finden wir aber hier nur die zuckenden Schädel von drei Highwaymen, Rodney, Eddie aus Hilltop, Frankie, die gute Tammy Rose, Annette, Tara und ja, auch Henry hat's erwischt. Mach's gut, Stupid Kid. Vielleicht vermissen wir dich ja. Der Einzige, der dieses Massaker überstanden hat, ist der gute Siddick, doch anstatt dem Wunsch von Alpha zu entsprechen, nämlich die Botschaft und die Brutalität in die Welt zu tragen und damit allen Angst zu machen, hält er eine flammende Rede vor versammelter Mannschaft und ist nur noch entschlossener. Den Abschluss bildet für diese Folge eine absolute Neuheit in The Walking Dead. Winter is coming. Folge 16 The Storm Der Sturm Der Winter ist da. In der letzten Folge von The Walking Dead, die sich irgendwie für ein Trainingslager, für die Nachtwache anfühlt, tauchen wir dann auch ins Serienfinale dieser neunten Staffel ein. Ein Blizzard setzt dem Kingdom doch ziemlich zu, sodass man beschließt, es fürs Erste aufzugeben. Die Leitungen sind alle geborsten, die Boiler sind hin, es macht keinen Sinn mehr zu bleiben. Dumm nur, dass um nach Hilltop zu kommen, man über die Grenze muss, die Alpha in der letzten Folge gesetzt hat. Und das ist sicher etwas, was die Alpha nicht gerne sehen würde. Aller Bedenken zum Trotz wagt man die Übertretung und nun entfaltet sich die volle Macht der Whisperer, denn man merkt, dass hinter jedem Beißer in jeder Herde immer Whisperer stecken können und vielleicht auch noch mehr Beißer da sind. Eine Panik, die man wirklich der Gruppe anmerkt, denn jetzt ist wirklich jeder Beißer wieder gefährlich. Die Reise bietet unsere Gruppe aber auch Gelegenheit zum Nachdenken für Selbstmordversuche oder Heldentaten. So rettet zum Beispiel Negan, der ebenfalls vor dem Wetter flieht, Judith das Leben und Carol bewahrt Lydia, die sich die Geschehnisse der letzten Folge doch sehr zu Herzen nimmt vor einem vielleicht etwas unüberlegten Selbstmord. Doch alles geht gut und man erreicht dann auch Hilltop, das man vielleicht in Zukunft jetzt Kingtop nennen kann. Gab es auch sogar ein Hashtag dazu. Leider ist es für Carol gar nicht gut und sie entschließt sich erstmal sich zurückzuziehen und Ezekiel zu verlassen und mit Michonne, Daryl und Negan und Kurt zurück nach Alexandria zu gehen. Dort angekommen bedankt sich Michonne wirklich ehrlich, so fand ich das für die Rettung von Judith bei Negan und seit langem scheint es so, als wäre auch Negan mal wirklich ehrlich in seinen Aussagen. Und gerade als der Zuschauer sich fragte, was machen eigentlich die Whisperer im Sturm, sind wir auch schon in deren Lage und wir sehen, wie sich Alpha darauf einstellt, noch härter zu werden, als es ohnehin schon ist, denn für die Zukunft will sie gerüstet sein. Doch Walking Dead hat noch einen richtigen Cliffhanger für uns bereit, denn aus dem inzwischen funktionierenden Funkgerät ertönt eine unverschändliche Botschaft eine Frauenstimme, die nur verstümmelt zu hören ist, aber eins steht fest, es gibt noch andere Gruppen da draußen. Die End Ja, da war ja, bevor wir auf den offensichtlichen Elefanten im Serienuniversum eingehen, doch ein deutlicher Zeitsprung zwischen Folge 15 und 16. Einfach festzumachen am Bauch von Rosita, also ein paar Monate waren das dann schon. Das finde ich aber extrem gut, dass sie es so gemacht haben. Ich meine, wir haben jetzt in dieser Staffel so einige Zeitsprünge gehabt und das eins der großen Probleme von Walking Dead war halt immer, dass es relativ langsam voranging, dass man sich mit quälenden Dingen beschäftigt hat, wo man keinen Bock drauf hatte und die sind dann so langsam gelaufen, wie die Walker eigentlich laufen sollten und das haben sie hiermit vermieden und dieser Zeitsprung fand ich mal eine ganz nette Taktik, um dieses Problem zu umgehen und vielleicht auch schneller in neue Situationen zu kommen. Ich muss sagen, mich hat es ein bisschen verwirrt. Ich fand deswegen die Folge 16, so gut ich die beiden Folgen grundsätzlich fand, die Folge 16 die schwächere von beiden, weil sie für mich ein Übel wieder aufgegriffen hat, das wir schon früher mal hatten. Ich fand, die war sehr schlecht geschnitten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte der Story nur so bedingt folgen. Also dem Overall Story-Arc schon, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ist denn jetzt Negan dabei? Warum müssen die dann wieder zurück nach Alexandria? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es irgendwie nicht gerafft. Kannst du mir das erklären? Da gebe ich dir vollkommen recht, das war in der Tat ein bisschen verwirrend. Ich schaue es immer in der Pause, währenddessen esse ich so ein bisschen und da habe ich auch geguckt, wo sind die da denn jetzt? Die mussten doch nur von einem Haus zum anderen gehen. Aber ja, also ich habe es mir jetzt so zusammengefummelt, dass sie zu einem Haus gehen mussten, das noch einigermaßen intakt war und letztendlich ist es ja sowas wie ein Mini-Dorf, in dem die wohnen und wenn die 100 Meter in so einen Blizzard gehen müssen, da sind 100 Meter auch ganz schön anstrengend und verwirrend, vor allem Dingen, die haben sich auch aneinander dran gebunden, theoretisch, haben den alten Seiltrick genommen, wo natürlich klischee-mäßig dann Leute davon abhauen. Ich habe nicht verstanden, warum Hilltop jetzt der Beste aller Orte ist. Das habe ich irgendwie nicht gerafft. Wurde das gesagt? Nein, ich glaube nur, dass Hilltop deutlich näher ist als Alexandria. Okay, also im Kingdom habe ich es verstanden, da ist die Warmwasserversorgung hin und dann, also es scheint wohl irgendwie was abgebrannt zu sein, ja, so sah das aus, das Haupthaus scheint wohl irgendwie abgebrannt zu sein. Gut, okay und dann geben sie es halt auf, aber bei den Alexandria-Leuten habe ich irgendwie nicht verstanden, warum die jetzt den Nigen daraus, das habe ich irgendwie nicht kapiert, das war komisch. Nee, Moment, also die Alexandria-Leute sind ja in Alexandria und haben Nigen aus der Zelle rausgeholt, weil der Typ einfach da unten erfroren wäre. Also der musste dann Okay und dann sind die also, dann sind die also nicht irgendwie einen weiten Weg gelatscht irgendwo hin, sondern nur innerhalb von Alexandria, ach so, das habe ich irgendwie nicht getroffen. Genau, genau, ach so. Deshalb, weil der Kamin verstopft war und dementsprechend Gasentwicklung stattgefunden hat. Ja, eben schon, aber ich habe mir gedacht, hä, und deswegen latscht der jetzt auch nach Hilltop? Das habe ich irgendwie, ach so, okay, alles klar. die sind nicht nach Hilltop gegangen, die sind nur zu einem anderen Haus. Wenn dieses Haus jetzt am anderen Ende des Dorfes ist, das dann im Blizzard zu finden, ich meine, müsste trotzdem relativ einfach für die sein, weil die halt da seit Jahren wohnen. Trotzdem war ich noch nie in einem Blizzard und kann nicht behaupten, dass ich wüsste, wie schnell man da seine Orientierung verliert, wenn so 150 Kilometer Wind und Eis einem pro Stunde entgegenkommen. Okay, dann habe ich das jetzt, das habe ich irgendwie nicht gerafft, weil ich dachte, die sind jetzt auch irgendwie auf dem Weg nach Hilltop, und dann habe ich mich gefragt, warum, weil in einem Haus, okay, dann wäre das geklärt. Dann ist aber, ich habe ganz andere Probleme mit der Episode, aber lass uns vielleicht erstmal über die erste sprechen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal über die Folge 15 reden, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Ja, Folge 15 fängt sehr, ja, sehr friedlich an, beziehungsweise, ich dachte, mein erster Impuls war, ach nö, jetzt nicht schon wieder so zwei No-Names, für die ich dann mich irgendwie begeistern muss, wenn sie am Ende der Folge dann drauf gehen, aber sie sind sofort tot. Das fand ich irgendwie so ganz, ganz nett, so mit meinen Erwartungen gespielt. Ansonsten auch gut, fand ich gut gespielt mit dem Titel, weil ich hatte wirklich für diese Folge es noch nicht auf dem Schirm, aufgrund des Titels. Ja, in der Tat, das war, ich meine, letztendlich viel Action ist da ja nicht passiert, wenn man so sieht, wenn man so sieht, es ist ein bisschen, es haben Schocker stattgefunden und es ist eine gewisse Story Entwicklung, aber letztendlich war es ja die Ruhe vor dem Sturm, also man hätte das jetzt mehr wörtlich nehmen müssen, aber kein Schwein hat das wörtlich genommen, weil es sonst die Episodentitel auch eher kryptischer Natur sind. Ja, nichtsdestotrotz sprechen wir gleich über die Red Wedding von The Walking Dead und ich muss ganz ehrlich sagen, das war bockstark. Das war sehr gut, ich fand auch, ehrlich gesagt, fand ich auch den Anfang gut, also mit diesem Pärchen, was sich da auf den Weg macht und was dann, naja, ob man jetzt diese Coins unbedingt schnitzen muss, ist eine andere Frage, aber irgendwo für muss man ja Zeit haben in dieser Welt, ganz egal, ich fand das, ich fand die sympathisch, die haben sich, da haben die es geschafft, innerhalb von ein paar Minuten ein paar Charaktere aufzubauen, denen ich gerne noch weiter folge und natürlich war es sehr oberflächlich, aber tat dann auch so ein bisschen weh, als wir diese netten, zwei unschuldigen Leute direkt am Boden haben liegen sehen. Das fand ich einen atmosphärischen Einstieg und das auch mal wieder gezeigt hat, wie verdammt bedrohlich uns skrupellos Alpha und die Whisperers sind. Da hast du recht, das ist das eine. Ich fand den ganzen Aufbau dieser Folge, fand ich wirklich stark, muss ich ganz ehrlich sagen, der Payoff am Ende hinten raus. Es war auch ein bisschen, auch ein bisschen konfus geschnitten, okay, warum sind die plötzlich irgendwie im Wald und dann ist Tag und Nacht und also auch, dass das Wetter sich nach Winter is coming anfühlt, hat sich für mich überhaupt nicht, also das kam gar nicht rüber, plötzlich schneit es dann irgendwie so gefühlt fünf Stunden später, also das war alles ein bisschen okay, aber das ist eigentlich auch schon mit so das einzige, Problem, was ich eigentlich mit dieser Folge habe, ist, dass sie ein bisschen schlecht vom Aufbau oder unglücklich vom Aufbau und vom Schnitt her war und manche Sachen einfach halt im Sommer gefilmt wurden und dann muss jetzt Winter sein. Ja, das ist leider dieser typische, also da ist auch der Production Schedule, also die Planung von Walking Dead als Serie vielleicht ein bisschen gegenläufig entsprechend gewesen, weil die das Ganze eher in den Sommermonaten filmen und wir ja bisher auch noch nix. Ich meine, wir haben uns schon öfters gewundert in unseren Episoden, ist da denn niemals Winter? Springen die da immer mal rüber? Die laufen ja immer in kurzen Klamotten rum. Aber ja, da sieht man ja auch dann in der nächsten Folge, wenn am Ende dann die Whisperers wieder da sind, es ist im Einschwung plötzlich wieder Frühling da. Das ist halt, ich glaube, das liegt an der Produktion der Serie, hätte aber vielleicht etwas glücklicher gelöst werden können. Ja, also die machen sonst bei jedem Scheiß CGI. hätten sie da vielleicht auch irgendwas machen können. Aber nochmal zurück zum Ende dann, also zum Grenzzauern beziehungsweise zum Aufbau dazu. Das muss ich ganz ehrlich sagen, war toll aufgebaut. Ja. Auch so sehr mich auch diese kurze Soap-Geschichte zwischendrin mit Henry und so, wo ich dachte, ey, ernsthaft jetzt, die machen jetzt eine Story-Arc auf wegen so der Tussi, die da rumläuft, wurde ja dann Gott sei Dank so innerhalb von drei Sekunden wieder weg und am Ende war, okay, gut, dann haben wir wenigstens das Mädel mal gesehen und wissen, wer da auf dem Zaun hinkt. Ja. Sonst hätten wir, also die kamen ja vorher schon mal vor, aber da hätten wir ja nicht mehr dran erinnern. Ja, das waren ja diese Stupid Kids, wegen denen er eingesperrt worden ist. Genau. Und von daher war so dieser ganze Build-Up zu diesem Moment war eigentlich wirklich ziemlich gut. Jeder hatte nochmal so seine kleine Szene und es war wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen, genauso wie es Game of Thrones geschafft hat, wo die Szene, von der ich ja aus dem Buch wusste, dass sie kommt, zumindest schockierend zu machen, auch wenn du weißt, was kommt, war es hier ja so, dass man auch irgendwie wusste, was kommt, es war aber dann doch irgendwie anders und man wusste einfach nicht, wer geht jetzt drauf. Und genau, das war dann wirklich, ja, eine gesunde Mischung. Also ich sage nochmal, wen es erwischt hat. Es hat zwei von den Highwaymen erwischt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Highwaymen damit komplett durch sind, weil so genau habe ich mir die jetzt nicht gemerkt. Wer da jetzt vivo ist oder ob die nochmal eine Rolle spielen, muss man mal gucken. Dann eben die, die, die Kids da, der Rodney und die Eddie. Okay, wurscht. Tammy, das ist halt die alte Frau, die jetzt eigentlich das Kind gerade angenommen haben. Ja. Das ist natürlich was. Dann Enid, die war jetzt in den letzten Folgen eigentlich, oder in der ganzen Staffel eigentlich schon ziemlich raus. Naja, die war nicht mehr so wichtig. Die war so ein kleiner Love Interest, aber das war es auch. Genau. Und dann Terra. Ja. Vor allen Dingen, das fand ich auch das Gute an der Episode. Ich meine, im Nachhinein haben sie vieles so ein bisschen angekündigt. Auch wie sie auf den Charakteren geblieben sind oder so. Aber im Vorhinein, also wenn man es gerade schaut, dann kommt man nicht da drauf, dass das gerade ein Teasen ist von einem Charakter, den es demnächst nicht mehr geben wird, weil es halt nicht so pathetisch gemacht wurde, wie es sonst wurde, dass man das drei Meilen weit weg riechen kann, dass das jetzt die letzten Szenen der Figur sind. Genau das wollte ich sagen. Genau darauf wollte ich hinaus. Deswegen war das wirklich ein absolut cleverer Schachzug und was ich auch erfrischend anders fand, wo ich ja sonst immer ein Verfechter von Show Don't Tell bin, war es wirklich hier auch nach den teilweise hier etwas, wir hatten über das Köpfen in der letzten Folge schon gesprochen, wo ich sagte, grenzwertig, aber besser als der Torture Pawn mit Negan, aber muss das sein. Und hier es so zu inszenieren, wie es inszeniert war, war wirklich dann auch, selbst wenn man weiß, was kommt, oder dass sowas in der Art kommt, echt krass und war wirklich schockierend. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie es wie in den Comics machen und Ezekiel draufstecken. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, aber als so die ersten Unbekannten da waren, dachte ich halt, okay, gut, fünf, fünf oder zehn Unbekannte. Und dann hast du aber immer diese Schnitte gehabt zu den Rückblicken, den kurzen auf den Jahrmarkt, wo dann immer einer fehlt und das war absolut grandios gemacht. Also, dass ich sowas bei Walking Dead statt noch erleben darf. Und das hat entsprechend vor allem den Reingehauen, letztendlich abgesehen von Henry, der dem Zuschauer eigentlich eher egal sein kann, aber dadurch, wie die Beziehung aufgebaut wurde von Henry zu Carol und Ezekiel, hat es extrem nochmal reingehauen. Wir haben es in den letzten Staffeln immer mal wieder gehabt, dass irgendwer draufgegangen ist, nur weil irgendwer draufgehen musste, mit ein bisschen Torture Porn und weil wir ein bisschen Schock haben wollten, aber das hat jetzt mal wieder eine Wirkung hinterlassen, das hat einen Einfluss auf die Charaktere gehabt, das hat wirklich Narben hinterlassen, die man auch in der nächsten Folge sieht und das hatte man nie das Gefühl, dass das bei den letzten Charakteren so gewesen wäre. Vielleicht jetzt hier von Maggie Glenn, aber Glenn war auch so dermaßen übertrieben, dass mehr Schocker ist, Schocker war als Emotion bei ihm und das jetzt bei so einem eher unlikable Charakter wie Henry, jedenfalls für viele andere Zuschauer, leidet man doch nicht um Henrys Willen mit, sondern nur um den Schmerz von Carol und Ezekiel zu spüren. Genau und das war, ich fand, das war auch toll gespielt, das war auch wirklich, diese ganze Fahlszene und die Inszenierung wow, wow, wirklich wow, das würde ich ganz gar nicht näher beschreiben, ihr habt es da draußen alle gesehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da jetzt gesessen hat und gesagt hat, das war nicht aber Kacke und du weißt, und ihr Hörer wisst das auch da draußen, wir sind sonst wirklich nicht sehr freigiebig mit Lob und gerade bei Walking Dead haben wir wirklich die letzten Staffeln echt drauf gehauen, aber das war wirklich und man merkt dieser Serie auch an, dass sie jetzt nicht die Fehler wiederholt, die sie früher mal gemacht hat, wenn jetzt so ein Rick der Anführer gewesen wäre, wäre direkt, wenn die direkt mit Rache und wir wollen Blut sehen, bla 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 dahinter gewesen, aber nein, ganz überraschend haben die sich daran gehalten, was die Whisperers denen vorgeschrieben haben, weil es einfach so ein Schock war und weil es einfach die so tief getroffen haben hat und die wahrscheinlich auch genug haben von Kriegen und von Konflikten durch die ganze Saviour-Geschichte damals und die Sache, wie die eigentlich, wie die Communities sich auseinander gelebt haben, also es ist hier eine Entwicklung in den Gruppen und in den Charakteren, wie die sich verhalten drin und das hat man in den letzten Staffeln nie so gesehen wie jetzt, eine Charakterentwicklung, wow! Eine Frage habe ich aber dann doch noch, sag mal, wo sind die ganzen Waffen hin? Habe ich irgendwas vergessen? Wieso haben die denn nur noch Sperre und alles? Vielleicht nach den sechs, sieben Jahren war es alles nicht mehr brauchbar oder sie haben es nach dem Saviour-Konflikt alle aufgegeben, da irgendwas mitzumachen. Aber es wurde nicht gesagt, oder? Da ist jetzt mir nichts irgendwie entgangen. Nee, es wurde nicht explizit erwähnt. Sie müssen ja ein Waffenreservoir gehabt haben, weil das ja auch von in dieser Folge um Michonne geplündert wurde, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, und ich meine, in der letzten Einstellung von den Saviours hatten die doch eigentlich einen Arsch voll Waffen und Eugene weiß, wie man neue Munition herstellt. Also das ist mir dann so aufgefallen, irgendwann habe ich gesagt, die haben überhaupt keine Waffen mehr, also nur noch Sperre, Pfeil und Bogen. Ich meine, dass man, sag ich mal, primär bei Walkern, bei 0815 Walkern jetzt auf Lanzen und Pfeil und Bogen setzt, kann ich ja verstehen, ist effizienter und kannst den Pfeil wieder einsammeln, hast du mehr von, aber jetzt, wo man so eine Bedrohung hat, habe ich mir gedacht, okay, gibt es bloß noch den Colt von Judith oder so. Also ich erkläre es mir so ein bisschen, dass der große Konflikt vorbei war und es einfach nicht mehr nötig war, die ganzen Waffen up to date zu halten. Deshalb, letztendlich geht es ja dann nur noch um die Verteidigung gegenüber Walkern und Waffen machen Lärm und das wollen die ja vermeiden. Jaja, aus dem Grund kann ich das schon verstehen, aber jetzt wäre glaube ich wieder mal ein guter Zeitpunkt, die Verstecke mal rauszusuchen. Ich fand es ein bisschen schade, wirklich um die Highwayman, weil, wie ich auch schon eben mit den Charakteren im Intro gesagt habe oder im Cold Opening, die Highwayman waren sympathische Charaktere und nicht so Arschlöcher, wie wir sie sonst kennengelernt haben bei Walking Dead. Deshalb fand ich schade, dass die jetzt dabei draufgegangen sind. Verständlich, logisch, in der Storyentwicklung, aber schade, dass solche potenziell interessanten Charaktere dann direkt draufgehen. Es gibt ja das Gerücht, dass jetzt dann The Rick doch wieder so sich öfters mal in der Szene blicken lässt. Okay. das fände ich ehrlich gesagt nicht schön. Also nichts gegen Rick's Cribs, aber man hat sich gerade freigeschwommen und jetzt sollen sie von mir aus ihre drei Filme machen und von mir aus auch in den Filmen dann wieder auf die Gruppe zurückkommen. Aber bitte nicht in der 10er Staffel jetzt der Ritter in schimmernder Rüstung, The Rick ist wieder da. Was okay wäre in so einem Rückblick, wenn die letzte Folge von Michonne dran steht. Also wir wissen ja, dass die Schauspielerin die Serie verlässt. Ob sie jetzt mit dem Tod verlässt oder nicht, ist jetzt die andere Frage, weil sie ist ein großer Hauptcharakter und ich kann mir vorstellen, dass da wieder ein Drama draus gemacht wird, was ja auch völlig okay ist und vielleicht in der Rückblende ist Rick dann noch wieder dabei. Ja gut, okay, ich rede jetzt nicht von Rückblenden, ich rede jetzt von wirklich aktiv wieder eingreifen. Oder ja, was ich mir vorstellen könnte, was ja dieses Radio-Ding am Ende an Teasers, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ich glaube sogar in der letzten Staffel, dass irgendwann ja mal dieses Thema Commonwealth mit reinkommt und das wahrscheinlich das Commonwealth sein könnte und man sich auch vorstellen könnte, dass Rick da irgendwie in der Ecke verblieben ist und mein Tipp ist immer noch, dass er sich jetzt in England befindet. Ja, da ist aber Brexit, da kommt er nicht mehr raus. Das war ja in der Welt, da war es ja alles noch in Ordnung, da war England ja noch in Europa drin. Die kommen auch bei einer Zombie-Apokalypse, wahrscheinlich kommt die Zombie-Apokalypse aus England. Ja, dann müssen die, kommen die alle durch den Franzosen-Tunnel durch. We are all doomed. Ja, das wäre doch mal eine geile Episode in diesem langen Tunnel, sich da durchzukämpfen, um aufs Festland zu kommen und der ist voll mit Walkern. Walking Dead hätte aber früher eine ganze Staffel draus gemacht, was dann wieder etwas langweilig geworden wäre. Vielleicht. Ich fände es auch nicht gut, wenn sie Rick da wiederholen. Ich meine, die Serie hat ihn jetzt überlebt und der soll jetzt sein eigenes Ding in den TV-Filmen machen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber gerade der Wegfall von diesen großen Charakteren hat für eine neue Dynamik in dieser Serie gesorgt und diese Dynamik möchte ich gerne beibehalten. Absolut, es macht wirklich Spaß. Und es gab noch, ich habe vorhin gesagt bei meiner Zusammenfassung, es gab ein Hashtag Kingtop und es gab einen zweiten Hashtag, der getrendet hat. Es trennen wieder Hashtags bei Twitter, wenn Walking Dead läuft, also Walking Dead related Hashtags. Das war ewig nicht mehr. Von Discovery by the way trennet nie irgendwas. Trotzdem ist Discovery, was ich letztens noch gesehen habe, irgendwelche unabhängigen Institute versuchen ja Quoten rauszubringen, wie sehr Streaming-Dienste oder welche Serien auf Streaming-Diensten großen Einfluss haben. Und Discovery ist neben Sabrina, glaube ich, eine der großen Serien im Streaming, die abgehen bei den Zuschauern. Vielleicht nicht so im Buzz, vielleicht nicht im Social-Media-Buzz, aber generell in den Zuschauerzahlen, die extern gemessen wurden. Ja gut, das kann ja auch sein. Hier ist aber jetzt Dead Nerds Talking, also das Hashtag war Free Negan. Free Negan, ja, sehr gut. Übrigens, auch wenn es viel Buzz gab, ich meine, das ist vielleicht gut für die nächste Staffel. Letztendlich war es aber schade zu hören, dass The Storm als Finale jetzt das niedrigste, die niedrigsten Zuschauerzahlen eines Walking Dead-Finales ever hatte. Ehrlich? Dabei sind doch die Quoten gerade wieder angestiegen für die Staffel. Ja, die sind wohl mittlerweile besser geworden in den ganzen DVR-Geschichten, also bei allen Leuten, die sich das aufnehmen oder irgendwo anders streamen, aber bei den Live-Zahlen sinken die immer weiter und da hat das Finale leider nicht gut abgeschnitten. Gut, vielleicht wird ja dann The Walking Dead mal komplett ins Streaming landen und kauft Netflix. Die brauchen sowieso bald Content, wenn Disney alles abzieht. Ja, ich glaube, AMC hat noch viel vor mit dem Franchise und letztendlich sind es immer noch viele Zuschauer, zwar nicht diese 17 Millionen in den USA, die sie mal hatten, sind es glaube ich nur noch 5 Millionen, aber im Vergleich ist das für so eine Serie immer noch, für so eine Genreserie sind das sehr gute Zahlen. Franchise Ausquetschen, Fear the Walking Dead, haben die sich vielleicht gemeldet per Funk? Das Crossover steht ja auch noch ein bisschen an, oder? Machen die ein richtiges Crossover, haben die eins vor? Oder geht das von einer Serie zur anderen rüber gewechselt haben? Ich habe keine Ahnung, ich habe Fear the Walking Dead aufgehört. Ja, ich komme nur darauf, weil bei Fear the Walking Dead die sich gerne auch per Funk unterhalten, deswegen, da sind ja auch viele Mädels unterwegs und das war ja eindeutig eine Frauenstimme, hätte ja auch Maggie sein können. Ich glaube, die sind aber am ganz anderen Ende des Landes. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon mal drüber gesprochen, die sind doch irgendwo Kalifornien, Texas oder so ein Kram unterwegs, wo wir ja eigentlich gar nicht genau wissen, wo wir unterwegs sind. Ja, Maggie könnte es noch sein, Jadies könnte es noch sein, ich ehrlich gesagt tippe aber auch aufs Commonwealth. Genau, Maggie eher nicht, weil in irgendeinem Nebensatz hat man gehört, dass die jedenfalls keinen Briefverkehr mehr mit der haben. Sie antwortet nicht, sie schicken ihr Briefe, aber sie antwortet nicht. Ich meine gut, wenn jetzt in dem Brief drin steht, dass alle tot sind, antwortet sie ja vielleicht trotzdem mal. Aber vielleicht kommt Maggie ja auch in den TV-Filmen vor. Ich weiß gar nicht, wie da die vertragliche Situation bei denen ist, man blickt da ja gar nicht mehr so durch. Ich dachte eigentlich, sie wird noch ein bisschen öfters auftauchen beim Ende der Staffel, aber die ist im Prinzip noch schneller und unbedeutender als Rick aus der Serie verschwunden. Dafür, dass sie ja eigentlich immer ein tragender Charakter war, hast du recht. Aber man muss auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, man hat es jetzt halt auch nicht so vermisst, weil man sich an vielen Charakteren einfach auch satt gesehen hat. Die waren irgendwie auserzählt, da ist nichts mehr passiert. Okay, dann gab es dann am Ende noch so die Evil Maggie, die jetzt da irgendwie durchgreift, die ich ihr eigentlich nie so ganz abgekauft habe, dass sie jetzt da plötzlich den Joffrey da hängt oder Jeffrey hängt oder wie er hieß, Gregory hängt und so ein Kram. Also das war alles irgendwie so und ja und auch der Grimes hat sich auch nicht dramatisch entwickelt irgendwie. Das war alles irgendwie so festgefahren. Von daher war das gut, dass die jetzt mal so alle da das nochmal kräftig durchgelüftet hat. Ja, vor allen Dingen, weil die ganzen die ganzen Geschehnisse, die in den Comics mit den Charakteren passiert sind, wurde ja auf andere abgewälzt. Da hat der nicht seinen Arm verloren und da hat der nicht seine Hand verloren und nicht sein Auge und was da alles war. Das ist ja allen anderen passiert, aber nur nicht dem Hauptcharakter. Ja, auch was Karl passiert ist, ist dann alles Henry passiert und so weiter. Ja, da gab es ja einige Dinge, die so ein bisschen anders waren. Das bringt mich nochmal zurück auf den guten Negan, denn der wird ja in den Comics dann im Whisperer War durchaus noch eine Rolle spielen, indem er zum Beispiel Rick vor Alpha rettet. Jetzt gibt es hier keinen Rick mehr und das, was Rick gezeigt gekriegt hat von Alpha, die Horde war jetzt hier Daryl. Okay, also auch hier wieder ein paar kleine Verschiebungen. Könnte ich mir aber vorstellen, dass Michonne die Rolle von Rick dann einnimmt. Das wäre genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich glaube nämlich, dass Michonne das machen könnte. Dafür müsste sie ihn aber dann jetzt auch bald mal begnadigen. Meinst du, sie steckt ihn nochmal in den Bauch? Hat es gereicht, einmal Hund und Judith zu retten? Naja, das ist die große Tat, die er eigentlich durchführen musste. Letztendlich wollte sie ja vorher noch nicht mal mit ihm sprechen und jetzt hat sie quasi, hat er quasi ihre Tochter gerettet. Und das war die große Aktion, die eigentlich so ein bisschen den Versöhnungsprozess erst recht einleiten kann. Und, da wir jetzt schon einige Zeitsprünge gehabt haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass zu Beginn der nächsten Staffel wieder ein Zeitsprung stattfindet. Wie viele Jahre denn diesmal oder Monate vielleicht, dass Rosita ihr Kind hat? Nicht viel. Ich meine, den kleinen Zeitsprung haben wir ja dadurch erlebt, dass jetzt wieder Frühling ist. Vielleicht noch ein paar Tage weiter oder vielleicht in der Zeit, wo Alpha sich durchpeitschen lässt. Ja, genau verbunden mit der Frage, ob Beta nochmal seine Maske irgendwann abnimmt. Ja, aber letztendlich eine sehr gute Episode, die viel offengelassen hat, die letztendlich dem Schema von Serien wie Game of Thrones gefolgt ist. Ich glaube, Walking Dead hatte das eher früher. Diese Sinne haben ja eigentlich nicht immer so diese krassen Cliffhanger gemacht, sondern die haben sich dann eine Episode Zeit gelassen, um wenigstens die Nachwehen eines großen Ereignisses zu beleuchten. Und das haben sie jetzt wieder gemacht, was ich gut finde, beziehungsweise sie sind noch mehr davon weggegangen. Man hat nicht direkt den Anschluss davon, wie es in der Savior-Geschichte war, sondern man nimmt sich Zeit. Jetzt gehen sie quasi mehr die Game of Thrones Route, die sie, glaube ich, früher auch schon eher gemacht haben. Also wir haben letztendlich dieses große Finale, den großen Clash, den es in der Folge vor der letzten Folge gibt und dann am Ende in der letzten Folge gibt es die Nachwehen davon. Und wir erfahren, wie dieses Ding, was da passiert ist, die ganzen Bewohner, die Charaktere beeinflusst hat. In den letzten Staffeln bei den Saviors war es ja eher so, dass wir diese fetten Cliffhanger hätten, die eigentlich heutzutage in Serien out sind und die kein Schwein mehr macht, weil man eher pro Staffel eine abgeschlossene Story hinhaut und dann nur ein paar Erzählerstränge offen lässt. Und das haben sie jetzt hier so in der Art gemacht, was ich viel, viel besser finde, als so ein kack Cliffhanger, auf den man dann wieder fünf Monate warten muss und der dann in der unspektakulärsten Weise überhaupt gelöst wird. Cliffhanger werden nie zufriedenstellend aufgelöst, jedenfalls nicht in Sci-Fi und Fantasy Serien. Ja und wie gesagt, das ist halt auch 90er Erzählweise, also das kann ich schon verstehen, es ist befriedigender. Trotzdem, wie gesagt, schön zu sehen, dass die Jungs von Walking Dead oder in dem Fall die neue Showrunnerin, das ja also jetzt gecheckt hat, ich glaube, die hat dem Ganzen nochmal Leben eingehaucht und ich freue mich, wie gesagt, auf die zehnte Staffel. Trotzdem nochmal so ein paar technische Fragen. Wie haben denn die Whisperer diesen Storm überlebt? Ja, ich meine, zu der Storm-Episode kommen wir ja jetzt quasi. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wenn die ihr irgendwelche Späher ausgeschickt hätten, dann hätte man die ja direkt erkannt, weil die in so dicken Fällen eingepackt sein müssten, dass es quasi so ein Bär vor einem steht. Und genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Letztendlich war es mir auch egal, weil die Whisperer gerne mysteriös bleiben sollen und dadurch bedrohlich. Aber ja, ich habe auch keine Ahnung, wie die in den Blizzard-Tetten überleben sollen. Und die zweite Frage, wie steuern die diese Horde? Aber da haben wir schon drüber gesprochen. Haben wir da schon drüber gesprochen? Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja, aber so viele? Wir hatten drüber gesprochen, wie sie so kleine Mengen, aber so viele? So viele? Ach ne, ich glaube, darüber hatten wir gechattet und nicht gesprochen. Liebe Zuhörer, dass es jetzt mal offscreen passiert. Ne, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, ich habe es auch irgendwo gelesen, man könnte eher nach dem Herdentrieb gehen. Also es gibt ein paar quasi Leiter, ein paar Alphas, die den Weg weisen und quasi die Herde immer dahin treiben, wo es hingehen soll. So ein bisschen das Büffelphänomen, wenn einer vorrennt, rennen alle nach. Hm, aber es war schon beeindruckend. Also ich meine, da hätte ich dann auch Schiss, weil da kannst du, vor allem wenn sie wirklich keine Feuerwaffen mehr haben, also so viel Munition hätten sie ja gar nicht, da überrennst du einfach alles. Ja, keine Chance, kein bisschen. Ich fand es spannend zu sehen, weil die Storm Episode hat ja schon einige Zeit danach gespielt, wie man an der deutlich schwangeren Rosita gesehen hat, wie du es eben schon erwähnt hast. Ich fand es spannend, dass sie diesen diesen Pakt, diesen Friedenspakt eingehalten haben. Also dass wirklich die den Whisperer in das Territorium gelassen haben. Gut, kann ich verstehen, die sind durch genug traumatische Erlebnisse durchgegangen, die ganzen Alexandria und Co. Aber dass die Whisperer ihr Wort gehalten haben, das hat mich schon sehr überrascht. Oder die mussten vielleicht selber wirklich im Winter mit den Elementen kämpfen. Oder sie sind vielleicht gen Süden gezogen, wie Zugführer. Die Theorie habe ich auch gelesen. Ach, das wäre, das wäre herrlich. Sie migrieren. Trotzdem aber jetzt noch mal mehr die Frage, die ich glaube, ich habe sie schon mal gestellt, aber was wollen die eigentlich? Ich weiß es nicht. Das ist mein, das ist der große, ich weiß, aber das ist für mich immer noch der große Schwachpunkt. Also das, was du da gesagt hast, ja, die, sie ist halt der Meinung, die Welt ist jetzt abgefuckt und deswegen müssen jetzt alle so leben. Die ist für mich immer noch zu dünn. Also für mich fehlt noch so ein bisschen die Motivation. Was wollen die jetzt? Weil jetzt will sie ja ein eigenes Gebiet. Wozu denn? Also das, wozu will sie jetzt ein eigenes Gebiet? Weil wir hatten ja drüber spekuliert, die wandern halt so durch die Gegend und plündern und ziehen weiter. Aber jetzt will sie ja ein eigenes Gebiet, in dem sie ja offensichtlich auch bleibt. Ich kann mir vorstellen, also vielleicht ist es doch nicht so einfach, so eine riesige Herde zu leiten. Vielleicht war da viel Bluff dahinter. Das könnte man sich ja auch fragen, ob die es geschafft haben, immer nur einzelne kleine Gruppen in diesen Canyon reinzubringen, aber nicht wirklich eine Chance haben, irgendeine Kontrolle über die Herde zu behalten. Und deshalb geblufft haben, das ist jetzt unser Gebiet, lasst uns in Ruhe, dann lassen wir euch auch in Ruhe. Und das ist dementsprechend ein Bluff war, weil die sich selber keine großen Chancen gegenüber den anderen Gruppen ausrechnen. Weil wenn es zum Konflikt kommt, dann gehen deutlich mehr Walker und vielleicht Whisperer mit drauf, als die Leute aus den anderen Dörfern. Also das ist wie gesagt noch der Punkt, das ist für mich noch so ein bisschen dünn irgendwie, aber auf hohem Niveau dünn. Und also das ist ja eben das Schöne. Ich bin jetzt wieder in die Story involviert, als dass mich der Punkt jetzt so megamäßig aufregen würde. Wenn der Rest halt Kappes wäre, würde ich wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde nur über das über diesen Fakt rennen. Vielleicht haben sie auch noch keine Lösung dafür und deshalb wird das Commonwealth so von hinten mit reingebracht, weil das interessanter sein könnte von der Motivation. Wobei ich über das Commonwealth in den Comics so weit nicht bin, deswegen weiß ich gar nicht, wie da eigentlich so der... Ja, ich habe da ein bisschen gelesen. Ich habe mir auch mal den Story-Act davon durchgelesen. Es ist schon ganz interessant. Es sind, glaube ich, mehr als 50.000 Leute in mehreren Städten, die quasi eine große Community gebildet haben und in Kasten leben. Also letztendlich haben die so ein bisschen ihren eigenen kleinen Staat aufgebaut und haben dann die entsprechenden Hierarchien, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen wirklich nur irgendwelche Diener sind. Für Rick soll es wohl erst ganz gut aussehen, aber dann blickt er so langsam hinter die Kulissen und sieht, dass doch da wieder mal ihre Anführer ihre Machtpositionen missbrauchen. Hm, okay. Und die haben aber noch ein bisschen mehr Technik. Die haben ein bisschen mehr Technik, muss ich mir vorstellen. Bei 50.000 Leuten sind ein paar mehr Wissenschaftler dazwischen, die vielleicht auch nicht nur wissen, wie man Kugeln macht, sondern wie man sogar einen Helikopter technisch erhalten kann. Ach, wäre das schön, wenn ich meine Helikopter endlich mal sehen würde. Na gut, komm. Und ihn dann vielleicht auch einer wahrnimmt und dann mal sagt, hey, was ist das denn ein Helikopter? Wow. Ja, Commonwealth ist noch eine ganz andere Geschichte. Lass uns vielleicht dann trotzdem noch mal zu dieser Episode zurück. Ja. Weil, ähm, ich hab's schon in unserem Gespräch vorher angedeutet, diese Episode hat mir noch besser gefallen als das Vorfinale, als der große Clash, als das Dreaded Wedding. Weil vielleicht, also die Qualität war vielleicht nicht ganz so gut vom Skript her und von der Ausführung, aber letztendlich hatte das eine komplett andere Atmosphäre. Und wir haben Walking Dead ja bisher noch nicht im Winter richtig erlebt. In den Comics ist es mal vorgekommen, auch ganz am Anfang, dass die mit den Elementen kämpfen mussten. Aber das ist hier jetzt mal ein neues Setting. Es wirkte frisch. Es waren andere Gefahren da, die wir noch nicht kannten. Es hat wieder so diesen Abenteuergeist von Walking Dead hervorgerufen, den ich unglaublich gut finde und mit dem sie noch mehr experimentieren können. Ich fand ganz toll, dass auch natürlich jetzt bedingt durch den Nebel, dass man halt jetzt nicht mehr wirklich, die in dem Moment einfach nicht wussten, Whisperer oder Walker oder beides. Und davon liegen. Dieses Horror-Element. Genau, richtig. Und ohne den billigen Hammer-Film Friedhof, wie beim Jesus-Tod. Nee, aber da haben sie ja schon angefangen, so ein bisschen diese alten Horror-Elemente wieder mit reinzubringen. Und dieses typische The Mist im Winter oder was ähnliches da zu haben, das fand ich schon super und hat deutlich zu der Atmosphäre einer ja, einer Grusel, einer Horror-Show zugetragen, die es ja eigentlich auch ursprünglich mal war. Wenn ein tiefgefrorener Walker wieder auftaucht, läuft er dann wieder rum oder ist er dann tot? Also endgültig. Ich glaube, die tauen auf und laufen rum. Machen beide? Ja. Also ich meine, wissenschaftlich braucht man das eh nicht alles hinterfragen, weil letztendlich müssen ja die Gehirne so zerstört werden durch die Eiskristalle, dass da auch nichts mehr geht. Aber lassen wir jetzt mal so. Viel interessanter war daher trotzdem die Fan-Diskussion, wo sich viele darüber aufgeregt haben, dass die Walker, die im Schnee waren, nicht erfroren waren und sich bewegen konnten. Aber da gibt es eine ganz einfache wissenschaftliche Erklärung für. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Erzähl sie uns. Erzähl sie uns. Ja, das ist das gleiche Prinzip, warum man Iglus aufbauen kann und Iglus drinnen warm sind. Schnee ist unglaublich gut isolierend. Alles, was unter Schnee ist, deshalb, das tut auch dem Boden in so arktischen Gebieten sehr gut. Der friert dann nicht ganz durch. Also nicht so, ich meine, Permafrost ist was ganz anderes. Aber im Winter schützt der Schnee quasi den Boden ein bisschen und hält die Wärme da drin, weil Schnee ein unglaublich gut isolierendes Material ist, im Gegensatz zu Eis, was ja alles durchfriert, aber Schnee isoliert und dementsprechend konnten sich in so einem Pulverschnee die Dinger noch frisch halten und noch ein bisschen bewegen, während die in einem Eissee gefroren sind. Oder an der frischen Luft. Okay. Wenn du das sagst, ist das, ich meine, der Schnee isoliert, klar, das ist mir auch bewusst. Ich kann es ehrlich. Aber auch das ist auch so ein Punkt, da habe ich mich, ich habe mich eher gefragt, wo kommen die jetzt auf einmal her? Also haben die die da platziert? Also sind die absichtlich da platziert worden? Das hatte ich mich so gefragt. Ob die da platziert worden sind, um so den Weg zu versperren. Weil die halt auch alle so, vorstellen, ja. So dann waren, auch so, so dann auf Kommando irgendwie rauskamen. Aber das war, in dem Sinne war das alles Ordnung. Oder vielleicht halten die Walker ja auch Winterschlaf in so einem Schnee. Vielleicht auch das, ja. Wer weiß es schon. Und wir wollen es auch gar nicht so genau wissen. Aber es gab mal wieder eine neue Tötungsmethode. Eiszapfen hatten wir jetzt auch noch nicht. Mhm. Ja, irgendwas Neues muss da immer, wenn eine neue Art von Walker dazukommt, muss er auch neu getötet werden. War jetzt, also das fand ich jetzt nicht so das Highlight. Ich fand es eher das Highlight, dass, wie gesagt, wir im Nebel unterwegs waren und dass die Dinger aus dem Schnee rausgekommen sind, auch noch auf dem Gefrorenen, im Fluss noch die Bedrohung dabei war. Also das hat mir alles sehr gut, hat mir alles sehr gut gefallen und hat echt gut funktioniert. Ich komme noch mal zu meinem Lieblingsthema zurück, ganz am Rande. Das Kind, von dem ich immer noch glaube, dass es nicht da ist, war kurz zu sehen bei der Schneeballschlacht. Aber auch nur kurz bei der Schneeballschlacht. Es hat wieder niemand mit dem Kind interagiert, außer man hat ganz kurz im Anschnitt mich schon gesehen, sonst nix. Ich erwähne es einfach nur für den Fall, dass es rauskommt. Und dass das Kind wirklich nie da ist. Das ist so intelligent für diese Show. Aber warum, okay, wenn es nicht so ist, warum wird dieses Kind dann so, also warum wird es komplett ignoriert? Weil man noch keine Story für das Ding hat. Für das Kind. Entschuldigung, nicht das Ding, sondern das Kind. Bam, fünf Hörer weniger, mindestens. Alle Muttis haben jetzt gerade abgeschaltet. Naja, wer Eltern ist, wer selber Vater oder Mutter ist, weiß, dass man die Kinder manchmal als Dinger bezeichnen möchte, wenn man genug hat. Aber wenn sie einen anlächeln, liebt man sie trotzdem wieder. Ja, bleibt ja auch völlig unbenommen. Ich sage einfach lieber plagen. Ja, wie runden wir jetzt. Übrigens, andere Kinder darf man auch immer hassen. Also die eigenen Kinder, die liebt man immer uneingeschränkt, aber andere Kinder, die darf man nervig finden und die darf man hassen und damit will man auch nichts zu tun haben. Jetzt mal ganz was anderes. So unabhängig von Walking Dead hat man als, du bist ja jetzt frischgebackener Vater, wir erwähnten es öfter, hast du kurz mal Angst gehabt, was ist, wenn das Kind hässlich wird? Und in der Tat war die Angst am Anfang da, aber ich glaube, sein eigenes Kind kann man auch gar nicht hässlich finden. Wir haben natürlich eine besonders fotogene Tochter, muss ich sagen. Die Fotos teile ich zwar nicht überall, aber sie sieht wirklich hübsch aus, dass wir über Model nachdenken. Nein. Letztendlich, ja, ich glaube, also das ist so ein bisschen der Elterninstinkt, dass man seine eigenen Kinder niemals hässlich finden kann. Aber natürlich gibt es solche Sorgen am Anfang. Was ist, wenn mein Kind ein Scheiß-Schreikind wird? Was ist, wenn mein Kind hässlich ist und ich es mir nicht angucken kann? Wird alles, wird alles nicht passieren? Daran gehen alles die Hormone gegen. Also von daher, selbst bei den Männern spielen da die Hormone dagegen. Gut. Also bevor wir jetzt hier noch zum Elternratgeber-Podcast werden, wo es auch ganz, ganz viele von gibt, nochmal zurück zu unseren Lieblingsbeißern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Problem, wenn ich nichts zu motzen habe, habe ich nichts zu sagen, weil ich fand das einfach alles jod. Also wie gesagt, was ich gesagt habe, dass die Storyaufbau, okay, hätte man ein bisschen anders machen können, auch, dass das bei den Whisperern dann auf einmal plötzlich wieder Sommer war oder zumindest irgendwie Herbst. Okay, das ist ein bisschen komisch. Aber das Gesamtkonstrukt dieser neunten Staffel war für mich so stimmig. Die ersten drei, vier Folgen mal außen vor genommen, da musste man sich noch eingrooven und die alten Zöpfe loswerden. Aber ab dann, ab dem Zeitsprung, wunderbar. Wunderbar. Ein paar kleine Dinge habe ich noch zu der Storm-Episode. Daryl Lydia, die passen wirklich gut zusammen, die kann man auch weiter zusammenstecken und letztendlich bin ich sogar ganz froh, dass man Henry losgeworden ist, weil Lydia ist ein viel verträglicher Teenager, dem er es auch abkauft, warum er sich da zweimal entfernen will von der Gruppe und nichts zu tun haben will. Irgendwer hat es irgendwo, glaube ich, geschrieben und das fand ich echt gut im Vergleich. Das ist so ein Paar Logan und X-23. Also aus dem Logan-Film. Ach so, ach so, ja, ja, okay, ich habe gerade überlegen müssen. Ach so, ja, genau. Nein, nein, die Kleine. Ja, genau, die Kleine, stimmt. Okay, hat mich jetzt gar nicht daran erinnert, aber würde ich jetzt, ja, kann man auch mal, es war auf jeden Fall kein nerviger Teenager, da ist kein nerviger Teenager, das stimmt. Sie ist nachvollziehbar und, ja. Wir haben einen kleinen, Anführungszeichen, Brückenschlag, in dem wir wieder bei dem Fluss landen, in dem wieder die Brücke erwähnt wurde und in dem Brücken zwischen den Communities gebaut wurden und die zusammenarbeiten. Also das ist schön gewesen an der Episode. Ich fand es interessant zu sehen in diesem Zeitsprung, den man da hatte, dass wirklich die Technik so langsam versagt. Man hat kein Fachwissen mehr dahinter, man hat auch keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Rohre groß zu produzieren. Man muss sich auf das verlassen, was noch da ist und das wird halt nach zehn Jahren so langsam zum Problem. Ich meine, wir, bei unserer Arbeit, haben wir genug Kunden, die sich jetzt in so einem hochspezialisierten Bereich für irgendwelche Sonden oder so engagieren und die braucht man einfach, um solche Sachen unter Kontrolle zu halten und das haben die nicht und deshalb ist es völlig verständlich, dass irgendwann mal diese ganzen alten Strukturen den Geist aufgeben und man deshalb die Welt auch so ein bisschen hinter sich lassen muss, die alte Welt. Fand ich gut, den Grund, warum das Kingdom jetzt, ich meine, das hat sich ja sowieso die ganze Staffel so ein bisschen angebahnt. Ja, der Henry sollte ja deswegen ja auch Schmied werden, genau aus dem Grund, um Dinge reparieren zu können. Ja, also ich meine, wenn Eugene das Zeitliche segnet, dann sind die alle am Arsch, weil dann kriegen die ja nicht mal raus, dass hier Schornstein verstopft ist. Das stimmt. Und genau, ja, diese fühlen sich doch arg dezimiert an, die Communities, die da gerade unterwegs sind. Das ist vielleicht ein Punkt, ich habe überhaupt kein Gefühl, wie groß diese Communities sind. Also gefühlt würde ich sagen, das Kingdom ist das Größte, aber halt auch nur gefühlt, wie viele Leute in Alexandria wohnen, keine Ahnung, die Städtchen scheint mir aber recht groß zu sein, also ich sage mal, zählen könnte ich es auch nicht und die Kleinste ist eigentlich Hilltop. Dafür rennen aber bei Hilltop irgendwie immer die meisten rum. Genau. Und Hilltop hat ja jetzt vor allen Dingen nach der letzten Folge, wo ja dann auch Terra draufgegangen ist, ein echtes Problem mit ihren Anführern, mit der ganzen Regierungsriege, die die da versucht haben aufzubauen. Also da als Chef von Hilltop hält man sich nicht lange. Ja, die Leute können dir halt einfach zu sehr auf die Finger gucken. Deswegen hat es der Ezekiel ganz gut gemacht. Er hat sich König nennen lassen und nicht so eine demokratische Scheiße wie der in Hilltop, ja. Das hat mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert, weil da haben wir ja auch die Verteidigung gegen die dunklen Künste, wo sich kein Lehrer länger als ein Jahr drin halten kann in dem Fach. Aber das ist ja verflucht. Das weiß ja sogar ich als nicht allzu großer Potterhead. Ja, aber vielleicht ist Hilltop ja auch verflucht. Entweder haben sie Scheißanführer oder die halten sich nicht lange. Ja, stimmt. Das sind jetzt alle drei weg. Na gut, dann macht es halt jetzt der Ezekiel in Person. Deswegen sage ich ja Kingtop. Also dann macht das dann... Genau, Kingtop. Aber letztendlich so viele Schwächen, die The Storm auch hatte, ein bisschen klischeehaft. Manche Sachen haben einfach gestört, wie es aufgebaut war. Ich fand es gut. Ach so, den Punkt Negan fand ich auch gut, wie er es gemacht hat. Ich fand es nur nicht unbedingt verständlich. Das hat mich etwas gestört. Der müsste auch halb erfroren sein beziehungsweise dem müssten irgendwelche Gedärme, irgendwelche Glieder abgefallen sein, so wie der darum gerannt ist. Das geht gar nicht. Und die Lydia auch. Die hat ja auch irgendwie nicht mal eine Mütze angehabt, während Carol da völlig verpackt vor ihr stand. Also da war irgendwas nicht ganz konsistent. Ja gut, aber nicht konsistente Dinge, das haben wir ja immer schon. Also auch, dass Übergewicht immer noch ein Thema ist und solche Sachen. Ja. Aber okay, gut. Ganz ehrlich, da bin ich inzwischen jetzt ein bisschen drüber weg. Ich hoffe, dass ich nie wieder an den Punkt komme, wo das ein großes Thema wird. Wenn mich eins an dieser Staffel ein bisschen stört, dann dass die Nummer mit diesen Namen, mit den Narben so billig aufgeklärt wurde. Ja, das stimmt. Das war so ein bisschen Schock um des Schockes Willen. Also da war nicht wirklich Sinn hinter. Da haben wir auch schon drüber geredet. Ja, klar. Nee, genau. Also Staffel betrachtet war das für mich so die größte Enttäuschung, sowas hingeworfen und dann war es irgendwie so ein billiger Payoff in einer Folge im Nebensatz so ungefähr. Also in einer kleinen Behandlung mal so, okay, ja. Ach so, auch eine wunderbare Parallele, die mir gerade wieder einfällt. Zwar reden wir über die Staffel, passt auch sehr gut. Am Anfang der Staffel hatten wir das Problem, in dem Museum über die Glasfläche zu gehen, weil die zusammenbricht und jetzt hatten wir das Problem über den Fluss drüber zu gehen, weil der zusammenbrechen könnte. Ach, alles reimt sich. Alles schöne Symmetrien, die da eingebaut worden sind. Die haben ja am Ende dann doch einen Plan, guck an. Ein bisschen, wenigstens mit der neuen Showrunnerin. Ja, die scheint zu verstehen, was man braucht. Die hat vielleicht auch mal einen Comic reingeguckt. Die soll ja auch manchmal helfen, wenn man nicht weiter weiß, weil auch in diesen zwei Folgen wieder sehr viele Comic, also direkte Referenzen waren. Der Zaun ist natürlich das Offensichtlichste, wenn auch im Comic, hatte ich schon gesagt, viel mehr drauf gehen. Der Zaun viel, viel länger ist, also locker 150, 200 Pfähle umfasst, so was man da so sehen kann. Und natürlich der Ezekiel on top of the list ist, aber um den wäre es mir auch wirklich jetzt schade gewesen. Und es wäre auch so ohne Not gewesen, weil das ist noch einer der Sympathieträger von den wenigen, die noch übrig sind. Die anderen müssen sich ja erst aufbauen, aber das ist wenigstens einer. Und man hat ehrlich gesagt auch noch zu wenig von Ezekiel gesehen, als dass das zu, dass das sehr hätte einen hart treffen können. Er wurde zwar immer als wichtige Figur aufgebaut, aber letztendlich hat er nur in dieser Staffel ein paar Momente gehabt, wo er wirklich als Charakter unterfüttert wurde. Aber dafür hat er Charisma. Genau, genau. Das hilft definitiv. Das finde ich auch gut. Also deshalb Twists gegenüber den Comics finde ich ja auch immer wieder gut, wenn es in anderen Serien gemacht wird, die Vorlage haben, dass sie teilweise so ein bisschen in ihren eigenen Weg gehen und dass man nicht alles erwarten kann, was in der Vorlage da war. Also das haben sie schon gut gemacht. Deshalb die Staffel hat sich für mich wirklich wie ein Spin-Off angefühlt. Alte Charaktere wurden rausgeschmissen, neue Geschichten wurden gestartet. Wir haben fast neue Cast, die so ein bisschen aus auch Nebencharakteren der letzten Staffel bestanden. Ein paar alte Hauptcharaktere sind dabei, wie man es auch so aus Spin-Offs kennt. Und letztendlich macht das Spin-Off wieder vieles besser, was vielleicht in der alten Serie nicht mehr so gut gelaufen ist. Also da hätte man auch dem ganzen einen Titel geben können, The Walking Dead, The Years After. After Marv oder sowas, ja. Ja. Ich frage mich gerade, ob man es vielleicht so als Überbrückung riskieren kann, doch mal wieder bei Fear the Walking Dead reinzugucken. Bestimmt. Ich weiß, dass auch hier die Hauptcast extrem ausgedünnt wurde. Ich glaube, nur noch einer von den Originaltypen ist dabei. So wirklich. Habe ich letztens auch in einem Cover gesehen. aber das ist auch so eine Serie, die ich irgendwann dann anstrengend fand und wo ich keinen Bock mehr hatte, weiterzugucken. Also dafür ist meine Zeit mir gerade ein bisschen zu wertvoll. Ich riskiere es vielleicht mal. Aber jetzt haben wir ja erst mal wieder noch Game of Thrones auf der Uhr und Star Trek Discovery wird uns auch noch drei oder vier Folgen lang beschäftigen. Und Walking Dead geht dann im September weiter oder im Oktober. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es auch nicht genau. Meistens geht es ja im Oktober. Meistens geht es im Oktober weiter. Genau. Also von daher rechne ich jetzt mal ganz stark mit Oktober. Und wie schon mehrfach erwähnt, ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Wir gehen optimistisch in die Zukunft. Optimistischer, als es die letzten Staffeln so war. Definitiv. Ich meine, wir sind irgendwann an einem Tiefpunkt von Walking Dead eingestiegen mit diesem Cast. Und es verbessert sich jetzt nur noch. Also der Tiefpunkt ist überwunden. Es konnte nicht schlechter werden. Theoretisch hätte es schlechter werden können. Aber sie haben so ein bisschen wieder die Kurve gekriegt. Ja. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Ich freue mich auf die zehnte Staffel, die auch wohl wieder 16 Episoden umfassen wird, wie man kolportiert. Also von daher steht uns dann wieder die übliche Mitseason-Finale und dann wieder parallel zur Discovery. Da haben wir wieder eine Menge zu tun. Aber immerhin bis dahin wird uns keine neue Game of Thrones Serie wieder im Nacken sitzen. Höchstens vielleicht in der nächsten Staffel Westworld. Da hätte ich jetzt auch mal wieder Bock drauf. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ich fände es ehrlich gesagt gut, wenn in Staffel 10 so ein bisschen die Struktur dieser Staffel übernehmen würden. Das haben sie bei Agents of S.H.I.E.L.D. vor ein paar Jahren eingeführt, dass es quasi so Kapselstaffeln innerhalb der Staffeln gibt. Dass man vielleicht drei Handlungsstränge hat, die man in jeweils fünf oder sechs Episoden durchgeht und somit so ein bisschen das Ganze die Zeit straffen kann und ein bisschen kompakter das macht und nicht diese ganzen Füller-Episoden braucht. Und das belebt eine Serie doch deutlich mehr als einen langen Handlungsstrang wie die Saviors, der, wo man einfach irgendwann von genug hat. Vor allem der am Ende über drei Staffeln ging und so dick war er halt dann eben nicht. Ja, genau. Ja, Mensch, wenn du nichts mehr hast, ich hab nichts mehr. Nö, alles gut. Prima. Dann, liebe Freunde da draußen, die, die jetzt schon abgeschaltet haben oder jetzt in der Sekunde abschalten, tschüss alle anderen, wenn euch das gefallen hat. Ihr verpasst 1.000 Euro Amazon-Gutscheine. Hoffentlich haben wir uns jetzt gerade nicht rechtlich irgendwie wie so eine Kaffeefahrt so einen Gewinn ausgelobt oder sowas, ja. Also, wenn euch das hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und eine kleine Review geschrieben auf iTunes. Das freut uns am meisten und hilft auch dieser Show. Wir freuen uns auch immer über Feedback an info at nerdizismus.de Wenn ihr uns wieder hören wollt, dann zwei Sachen, die jetzt demnächst kommen. Zum einen, wie gesagt, Game of Nerds geht wieder los. Da werden wir wahrscheinlich jede Woche eine Folge Game of Thrones besprechen, weil es auch längere Folgen sind. Ja. Und wir haben ja unglaubliche 80 Minuten ab der vierten Folge. Pro Folge. Das wird, da freue ich mich auch schon drauf. Da wird auch unser Forever Nerd Girl wahrscheinlich wieder ein oder andere mal mit dabei sein. Mit dem Forever Nerd Girl habe ich auch einen Autor interviewt, nämlich Andreas Eschbach, den Autor vom Jesus Video NSA und seinem neuesten Roman Perry Roden Das größte Abenteuer. Dieser Cast erscheint auch die Tage. Dann geht es nächste Woche weiter wieder mit Star Trek Discovery, mit den Track Nerds. Und Ende April sind wir auf der Magic Con in Bonn. Sonntagmorgen 10 Uhr. Da quizzen wir wieder unser berühmtes Nerd Quiz und wer auf der Magic Con ist, der kann uns ja mal Hallo sagen. So, in diesem Sinne, liebe Dead Nerds Talkings Fans, macht es Jort und für alle, die uns nur hier gehört haben, dann hören wir uns im Oktober wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.